Die ultimative Chartshow präsentiert die erfolgreichsten Singles. Das neue Album zur Sendung mit Andreas Borani, Unheilig, Silbermond und Celine Dion. 15 Jahre Chartshow, die erfolgreichsten Hits der letzten 40 Jahre. Mit Nelly Furtado, One Republic featuring Timbaland und vielen mehr. Die ultimative Chartshow. Die erfolgreichsten Singles. Als 3-CD-Box und Download.